Tagschen Leute, so jetzt geht es weiter hier, wir reacken wieder auf ein weiteres Video und zwar diesmal von Harley-Davidson-Bielefeld, also schöne Grüße gehen raus, auch mein Dealer der Wahl mittlerweile, ich muss wirklich sagen, einer der wenigen, die, oder einer der wenigen der Harley-Dealer, die auf jeden Fall super entspannt sind, die Leute sind da einfach cool drauf, man ist nah am Kunden, ich werde mir da wahrscheinlich auch bald wieder was Neues gönnen, mal sehen und ja, lasst uns gleich lange schnacken, lasst mal reingehen, ich finde, die machen jetzt in letzter Zeit sehr, sehr geilen Content, merkt man auch an den ganzen Zahlen gerade, die wachsen ohne Ende und mir wäre es wichtig, Freunde, weil wir machen da auch das eine oder andere Video jetzt in Zukunft wieder zusammen, dass ihr gerne auch mal auf die Seite von der Truppe von Harley-Davidson-Bielefeld rüberschwappt, gerne auf den YouTube-Kanal klickt, das auch abonniert und mal ein bisschen lieber lasst, das zeigt uns auf jeden Fall immer, dass das Ganze gut ankommt, also in diesem Sinne nicht lange schnacken, wir schauen uns an, was da so abgeht im Alltag bei, Harley-Davidson-Bielefeld, los geht's. Was machen wir heute? Ja, wir interviewen einfach mal den Christoph Juppe, unser Prüfstandmeister, er macht die Optimierungen an dem Wachstum. Wir gehen jetzt mal in den Keller und gucken mal, was der geile Christoph da im Keller fabriziert. Weißt du, was das für ein Bike ist, was er abstimmen will? Ich glaube, es ist eine umgebaute 883 auf eine 1200er. Also schön alter, älterer Motor, der hat doch schon noch eine ganz geile Charakteristik, oder? Müsste haben, gehen wir mal gucken, ich weiß jetzt auch nicht. 100 Prozent, nimmt das alles nicht zu ernst, der Spaßfaktor steht immer an erster Stelle, wichtig und? Richtig. So sieht's aus, perfekt. Mir brauchst du das gar nicht hinhalten, ich bin selber verkraftet. Das ist sehr gut, halt dir das trotzdem hin, besser ist das. So, jetzt kommt er in die heiligen Hallen, ehemalige Bundeswehrkaserne übrigens bei uns hier. Was war das eigentlich für ein Gebäude? Ja, Bundeswehrkaserne. Eigentlich, das ganze Ding? Ja, auditiert schon zu, aber wir überraschen den Christoph jetzt einfach mal. Hoffentlich kriegen wir keinen Hörsturz. Da ist er auch schon, der Christoph. Na, nicht weglaufen, Christoph. Na, läuft er schon weg, da hat er nämlich Angst. Wir haben heute übrigens, da ist der geile Christoph, hat er gerade oben schon gesagt. Oh Mann, ey, Alter, lass doch, Alter, richtig cooler, korrekter Typ. Ähm, wir haben heute, äh, das Video gemacht zu der, ähm, zum Performance-Bagger, kommt auch bald raus, ähm, und da haben wir schon gesagt, dass wir auch bald mal ein Video machen, ähm, und einfach mal wirklich das komplette Gebäude vorstellen, ne. Also das Lenkwerk ist auf jeden Fall ein geschichtsträchtiges Gebäude, ist eine superbrutale Location und ich denke, das kann schon richtig gut werden. Wer möchte, dass dieser hübsche Typ auch mit im Video dabei ist, lass gerne mal ein Kommentar da. Christoph, nicht weglaufen, da, ah, ein wunderschöner Anblick, gucken Sie sich das an. Meinst du, ist das Motorrad oder der Mann? Beides, beides, also ich finde beides schon ziemlich geil. Hey Juppe, wollten mal schauen, was Sie hier so fabrizieren an unserem Dinojet-Prüfstand. Was machen Sie denn hier so? Lärm und Dreck. Lärm und Dreck, Lärm und Dreck. Was haben Sie da für ein Fabrikat auf der Bühne? Was Illegales auf jeden Fall. Was Illegales, was Illegales, streng geheim. Ja, und was wird da jetzt durchgeführt? Das ist eine Abstimmung, tatsächlich ist Motorrad Tuning passiert. In dem Fall ein Big Board Kit Stage 2. Und das muss auch, damit das Fährt natürlich abgestimmt sein, ganz einfach. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein 15er Roadster tatsächlich. Und es ist Stage 2, 8, 3, 2 400 Staffeln, Lockenwellen, offener Auspuff. Und die braucht mehr Kraftstoff auf jeden Fall. Wenn einer Plan hat, dann ist es Herr Christoph, das ist wirklich so. Er hat einfach einen Plan davon und weiß, wovon er redet, nicht so wie ich. Wie man merkt. Oder ich. Ja, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, schmeiß mal gleich an den Hobel und dann zeig mal, wie gut er rausbläst. Ja, klar, könnt ihr gerne zugucken. Aber ihr müsst aus Sicherheitsgründen tatsächlich auf jeden Fall Punkt 1, nicht hinterm Rad stehen. Wenn ich Sachen verliere mal wieder, Schraube oder Steine im Hobel sind, dann muss man beim Kopf hängen. In dem Case geht es mitten durch. Das heißt, auf jeden Fall an die Seite gehen, Tür zu machen dahinter. Ja. Kopfhörer, Kopfhörer, richtig, richtig. Was ich jetzt hier mache, ist erstmal, die Messtechnik ist noch dran. Hat der schon angefangen damit. Ich mache jetzt den Kram zu Ende. Ich mache meinen Rechner, Software und so weiter. Alles vorbereiten, alles hochfahren. Und dann muss das Fahrzeug erstmal auf Betriebstemperatur gebracht werden. Ja. Es wird ein bisschen warm gefahren gleich. Die wird auch von mir kontrolliert. Das heißt, du hast da einen gewissen Betriebsbereich, wo dein Motor vernünftig arbeitet. Und den will ich auch haben. Und dann mache ich gleich ein paar Messungen. Dann korrigiere ich die Messungen. Ich mache Messungen und korrigiere das. Bis die Mühe 100% wirklich geil abgestockt ist. Also bis alles passt quasi. Bis alles sitzt. Ja, Messung. Das finde ich, also für mich als ausstehender Laie ist das sowieso richtig Rocket Science, das Thema. Ich war ja bei Don in Bremen vor Ort und hat das ja auch Don und Daniel haben da bei mir rumverwerkt. Und alter Schwede. Aber es ist halt wirklich krass. Das Ganze warmfahren, einfahren, dann testen, wieder testen, wieder einstellen. Auf dem Gerät. Ich kann mich noch erinnern. Jeder, der es nicht gesehen hat, gerne mal abchecken das Video. Super spannend. Dann wieder gucken. Okay, alles grün. Jetzt geht es weiter. Dann fahren. Das war super interessant dann auch. Da durfte ich mir dann so einen Rucksack aufsetzen mit dem Messgerät nochmal drauf. Dann nochmal fahren. Und ey, hammermäßig. Also wirklich Hut ab an die Leute, die das entwickeln. Auf die einzelnen Harleys-Abstimmungen und so weiter. Das ist wirklich krass. Und das im Prüfen, Gegenregeln und so weiter. Und das mache ich jetzt. Nicht den ganzen Tag, aber das ist das, was passiert hat. Ich meine, Don hat ja da richtig einen vorgelegt. Hier mit den ganzen Performance-Mappings und so. Aber wollen wir mal sehen, was Herr Christoph da so rausholt. Jetzt höre ich dich auch. Ja, genau. Wir haben jetzt, also hier arbeiten wir jetzt heute tatsächlich an dem Bike mit einem Power Vision-Mapping. Mit Gerät und so weiter. Mit allem Drum und Dran. Das Ganze kannst du... Der Prüfstand ist ja im Grunde nur ein Werkzeug. So, und je nachdem, je nachdem, wie gut man mit dem Werkzeug umgehen kann... Ich zum Beispiel gar nicht. ...kann das was werden oder auch nicht. Ich mache das jetzt schon ein bisschen länger, das Ganze. Ich behaupte, ich kann das. Kunden behaupten das vor allem auch. Und wir arbeiten jetzt hier mit dem Dino-Jet 250i. Also in dem Fall hat er eine richtige Bremse natürlich auch. Die brauchst du auch, um vernünftig abzumappen. Man kann das Ganze auch mit dem System oder auch mit dem Don-System auf der Straße machen. Das wäre auch möglich. Ist aber, das ist mal hier in der Stadt, nur stark eingeschränkt möglich. Aber auf dem Laufrad, sage ich jetzt mal, kann man auch alles anpassen quasi. Also Steigungen, Neigungen. Ja genau, also ich brauche ja vor allem, ich sage mal, für realistische Messwerte auf der Straße, brauche ich ja nicht, ich sage mal, das Rad freidrehend ohne Widerstand, da ist nur noch ein Gang drin, ne, auf der Rolle oder so. Das ist ja Blödsinn. Ich muss ja so tun, als wäre ich auf der Straße. Wenn ich jetzt, ich sage mal, das Ding einfach nur frei rolle oder hier einmal die Straße runterfahre, geht das zwar hier, dann fährst du zum ersten Mal hier ins Sauerland, in Harz oder in der Alpenhof, dann kackt das Moped ab, das funktioniert einfach nicht. Deswegen musst du es bremsen, du musst es kontrolliert bremsen. Und das ist auf der Straße hier so nicht möglich, zumindest nicht hier im Flachland. Das nächste ist auch, dass auf der Straße abmappen, ist auch gefährlich für mich und andere halt, weil wenn ich die ganze Zeit hier draufglotze und dann gucke, was passiert, und das ist auch so ein anderes Ding, ne. Das heißt, du kannst, Punkt eins, du kannst die ganzen Fahrbereiche gar nicht anfahren sauber, die du haben musst, du kannst sie auch gar nicht lange genug halten, damit das System das zu messen und erfassen und gegenregeln kann. Und Punkt zwei ist aber die Verkehrssicherheit, ne. Also High-End-Technik quasi. Ja, du brauchst, das ist für mich, ist das ein Werkzeug, ne. Das ist ein Werkzeug, heute hier benutzen wir das Werkzeug, um ein Mapping zu schreiben, das Werkzeug kannst du aber auch, ich sag mal, für alles andere benutzen, die Diagnostik vor allem auch, ne. Wenn so der typische Fall, ab und an passiert mal irgendwas und du kannst es halt, du weißt ja, der Vorführeffekt, der Kunde kommt und das ist alles in Ordnung, das ist kein Problem, kommt daher, stellen wir es auf den Prüfstand, lassen wir es rollen, kann der Kunde auch zur Not selber machen, ne. Manchmal ist es ja auch der Fehler, gar nicht am Fahrzeug zu finden, sondern an der Bedienung, am Kunden irgendwo. Das kannst du hiermit alles ermitteln, ne. Das ist ein sehr geiles Tool, das ist nicht ganz preiswert, wir haben uns das gegönnt und arbeiten auch damit natürlich. Mega gut, dann würde ich sagen, schneid mal anders, Pony, und dann gehst du da gleich mal ordentlich drauf. Ja. Ja. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, mal interessant. Ich finde, also ohne Witz, ich kann mich jetzt, es weckt so ein bisschen Erinnerung wieder an meine Zeit bei der Performance und das ist wirklich, das macht, das ist so krass. Ich weiß noch, als ich da drin stand und habe mir das Ganze angeguckt, dachte nur so, ey, das ist doch jetzt hier nicht real. Und ich werde definitiv auch jedes Mal wieder meine Harley meppen lassen, weil das ein Unterschied war wie Tag und Nacht. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Absolut wichtig und richtig. Ich glaube, nach einem Hörschaden später sind wir jetzt auf jeden Fall gut bedient. Kommt auf jeden Fall sehr gut, ja. Also ich bin sehr gespannt, wie das auf der Kamera kommt. Also es war wirklich unfassbar laut. Wir hatten beide Gehörschutz auf. Man hat es ja gerade kurz gesehen, selbst deine Smartwatch hat ja angezeigt, zu laut. Ja, laute Umgebung, bitte leiser machen. Ich glaube, das war jetzt für die Kunden auch mal sehr interessant, wie das Ganze so von dann läuft. Einfach mal so ein bisschen so hinter den Kulissen, ne? Man kennt das ja immer nur seit ein paar Clips oder so, aber so ein bisschen was erklären zu bekommen, vielleicht gar nicht schlecht. Ist ja, glaube ich, auch momentan ein absoluter Trend mit den ganzen Leistungsoptimierungen und Prüfstand. Und wie gesagt, Don hat da ordentlich vorgelegt. Ja, das stimmt, ja. Ja, viele nutzen ja auch diese 30-30-Nocke und sowas. Es ist halt immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Das ist schon alles sehr hochachtungsvoll. Also ich persönlich finde es ja eigentlich geil. Hier nochmal unsere geilen Mechaniker, der Dennis einmal. Da hinten der leckere Ingo. Alle geil. Ingo, mach doch mal Winke, Winke einmal für die. Ja, sehr schön. Guck mal, das hat er drauf. Wir könnten mal Ingo mal fragen, was er da von einer Abstimmung so hält, ob er das machen würde oder nicht. Ja, sollen wir gerade mal zu Ingo gehen kommen? Wir gehen ihm mal gerade nerven, einmal. Was halten Sie denn so von Leistungsoptimierungen? Ich weiß, es kommt ein bisschen trocken. Was halten Sie davon? Der Ingo macht das heute zum ersten Mal. Normalerweise ist er immer auf der Casting-Talk. Okay, wir verpissen uns. Ich glaube, der Ingo macht das mal. Ingo gibt kein Statement. Anscheinend ist Ingo nicht so überzeugt vom Leistungsprüfstand. Normalerweise ist es immer nur so rot, wenn ich abends mit ihm fertig bin. Naja, also man sieht. Ich halte dir mal die Tür auf, ne? Höchst seriöses Unternehmen. Bei uns kriegen Sie zu allem immer gute Antworten. Das ist richtig. Ne, wie gesagt. Also ich persönlich finde Leistungssteigerungen halt schon geil. Das Einzige, was da halt natürlich immer so die Frage ist, ist halt irgendwo die Legalität, ne? Also es ist halt immer schwierig. Ja, sehr schwierig, ja. Aber ich würde mal sagen, mittlerweile 80, 70, 80 Prozent. Machen das, haben da Bock drauf. Aber wir sind ja hier in Deutschland, ne? Es ist schwierig, ja. TÜV-Gutachten. Am Ende natürlich wo kein Kläger, da kein Richter, sag ich mal. Aber man muss sich im Klaren sein, dass wenn man das macht und die Betriebserlaubnis erlischt und es aus irgendwelchen Gründen problematisch wird, das muss man natürlich schon auch irgendwo so sagen. Dann brauchst du einen guten Anwalt auf jeden Fall. Genau. Sowas in der Art. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nehmt das Ganze nicht zu persönlich immer. Das machen wir auch hier jetzt random einfach aus Just for Fun. Aber mal gucken, wie die ganze Sache so ankommt, ne? Wir dachten, es wäre einfach mal interessant, das mal spontan zu zeigen. Das auf jeden Fall, ja. Ansonsten gerne weiterhin Fragen in die Kommentare. Immer in die Kommentare. Schön was reinschreiben. Wir geben uns Mühe. Mal gucken. Wir wollen einfach authentisch sein, ne? Nix Gelektes oder nix Aufgesetztes. Ist so. Immer ganz wichtig. Finde ich persönlich. Nix Gelektes, dann hätte ich vielleicht nicht mit dir filmen sollen. Cut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, haut rein. Auf jeden Fall. Ist ein Mapping bei Harley-Davidson-Motorin dann legal und wie sieht es mit der... Also ihr seht selber, da geht einiges ab in der Bude. Ne, aber ohne Witz, ne? Lasst mal gerne mal wissen. Ich finde, ich habe heute noch mit Kelly gesprochen und ich finde, so eine Art der Videos finde ich auch mal zwischendurch echt erfrischend, ne? Weil ich auch dieses Ganze, oh, ich kann das nicht mehr sehen. Dieses ganze Gefakte und alles ist nur noch perfekt und keine Ahnung und was, das gefällt mir selber nicht, ne? Und genau das sind die Videos eigentlich, die, ja, dem Kunden auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, wo man dem Kunden so ein bisschen näher kommt, ne? Dass da auch nur ganz normale Leute arbeiten, weil ich habe, ich kenne auch die Zeit, sag ich mal, da ist man zu irgendeinem Harley-Dealer gegangen und dann alles ein bisschen dunkler, überall breit gebaute Türsteher am Start. Und als du dann fragen wolltest, dass du mal eine Probefahrt machen kannst, da wurdest du erst mal schief angeguckt und gemustert halt, ne? Weil das ist einfach nicht mehr, ähm, das ist einfach nicht mehr so, ne? Weil mittlerweile sind auch ganz normale Typen wie ihr, wie ich, die jetzt nicht irgendwie, ähm, 300.000 Euro im Jahr verdienen, ähm, dass die sich auch halt einfach so Bock auf das Thema haben und sich halt echt eine teure Haare gönnen. Und, ähm, da hast du halt nicht überhaupt keinen Bock, irgendwie von oben herab irgendwie vollquatscht zu werden, ne? Und das ist halt definitiv in Bielefeld nicht so. Wie gesagt, ich bin jetzt, äh, seit kurzem da auch ein bisschen, ähm, mit den Jungs am Videos machen und so weiter. Und, äh, mir gefällt's halt sehr gut, ne? Und da wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Also, lass den Leuten noch mal ein bisschen, äh, ein paar Likes, ein paar Abos da. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, war's das schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rin! Und, ähm, ja, dann würde ich sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!